Nachdem ich jetzt beide Schuhe, sowohl den Pulsboost als auch den Ultraboost, einige Zeit getragen habe, hier nun ein Zwischenfazit. Der Pulsboost ist sehr stylisch, lässt sich gut kombinieren und hat dann noch trotzdem einen hohen Tragekomfort. Man kann auch weitere Strecken mal mit ihm gehen, wo das unangenehm wird. Ist aber allerdings doch schon etwas schwieriger vom Gewicht her als der Ultraboost. Zum Laufen wäre er nicht geeignet. Auch sollte man den Schuh eine Nummer größer nehmen, als man ihn sonst trägt. Der Ultraboost ist wirklich ein guter Laufschuh, er ist nicht zu schwer. Man kann beim Joggen sehr gut damit über steinige Wege laufen. Insgesamt ein sehr angenehmer Schuh. Eigentlich eignet sich der Ultraboost auch sehr gut als Freizeitschuh, wenn man den in der entsprechenden Farbe nehmen würde. Insgesamt würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit den Schuhen. Wobei eigentlich für mich der Favorit der Ultraboost ist. Fasена einmal an, wenn man für den Schuh,罩 schöne GETTRAINckt. Bis nächste Mal.